Wenn jeder da hin käme, Selbstjustiz zu üben, wo wären wir dann? Wie würde ich reagieren, wenn ich so behandelt werde oder wenn ich mich so ungerecht behandelt fühle? Wie weit würde ich gehen? Ist es okay? Die Rache schmeckt nach Salz. Der Drang zur Vergeltung ist in jedem Menschen drinnen. In meinen Augen muss das Recht immer auf der Seite des Schwächeren, des Kleinen stehen. Das, was wir Rechtsprechung nennen, hat natürlich mit Gerechtigkeit nicht immer was zu tun. Also die absolute Gerechtigkeit werden wir durch menschliches Handeln und durch menschliche Gesetzgebung nie erreichen. Was gerecht ist, weiß einer und das darüber gut. Umso wichtiger ist, dass jeder, der Ungerechtigkeit erlebt, im Rahmen seiner Möglichkeiten dagegen aufsteht und dagegen Einspruch erhebt und dafür sorgt, dass die Welt gerechter wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017